hallo wir machen heute mal wieder ein paket auf von mickey maus und seinen freunden und wir schauen mal rein was wir denn da haben 3 packen wir wieder an die seite nummer eins machen wir auf naja es klappert ein wenig ein bisschen klappert wir schauen mal rein und es ist ganz klasse es ist von go move so ein kleiner so und so sieht ja gut dabei aus dem braucht wahrscheinlich keiner gut vielleicht wer der katzen hat könnt ihr ja mal in die kommentare schreiben wer von euch katzen hat vielleicht braucht einer von euch solche bälle kommen wir zu nummer zwei hier wieder vorsichtig die rückseite aufmachen zwecks den sammelpunkten das klappert schon ein bisschen mehr aber ich glaube kaum dass das eine figur ist ich habe da so eine vorahnung das wird wohl wieder so ein porsche oder sowas sein mal schauen ob wir richtig liegen es ist kein porsche ihr wisst was es ist es ist ein rasendes ab und dann so zack zack so die zwei schrott dinge haben wir schon mal jetzt gucken wir mal was an figuren rauskommt so auch hier wieder den fan collection punkt schön beiseite packen wir hören es klappert ein ganz wenig wir schauen mal welche figur das ist und es ist auch schon zum zig tausendste mal habe mir fehlt immer noch daisy duck und mir fehlt immer noch einer von trickAC interessiert und trick ja auch hier kommt das gummi dazwischen jetzt mache ich es mal ab ich habe so viele kann ich euch mal zeigen wie es denn da rein gehört gut das war die eine figur und jetzt schauen wir uns die andere figur noch mal ups da hat es den onkel entschärft und wir haben wir haben mal wieder mini maus das ist auch eine figur da kann ich mich mittlerweile mit tot schmeißen ja wie gesagt meine ersehnten figuren die werde ich wahrscheinlich nicht zusammen kriegen schreibt mir mal in die kommentare wer daisy und wer den blauen hat kann sich bitte mal bei mir melden vielleicht kommen wir ja tauschen ich habe von denen genug ich habe von denen genug ich habe ganz viele von donald von mickey gofi habe ich nur zweimal karta carlo habe ich jetzt auch zwei dreimal panzer knackern die habe ich jetzt nur alle drei zusammen also von den panzer knackern kann ich keiner weg geben ansonsten hier von diesen habe ich genügend da gut wäre nett wenn man mir mal in die kommentare schreiben würde wer daisy oder tick trick oder track hat der kann sich bei mir mal melden alles klar das war dieses video ich hoffe es hat euch gefallen ich sage tschüss